Hallo Carla. Hallo lieber Olli. Hallo ihr lieben Substratis. Wir sind richtig gut gelaunt bzw. ich bin so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich bin ein bisschen kaputt gefeiert. Ich habe am Wochenende, ich habe am Wochenende meinen Geburtstag nachgefeiert. Es ist der höchstigste Geburtstag gewesen. Meine Frau hat auch ihren höchstigsten Geburtstag gefeiert und deswegen haben wir zusammen gefeiert und haben wir ordentlich, haben wir es krachen lassen. Das kann ich mal so sagen. Und jetzt habe ich eigentlich gerade gar keine Lust zu arbeiten, obwohl ich schon wieder arbeiten muss. Ich bin, also ich bin noch so ein bisschen, ich hänge noch so ein bisschen durch und rette mich jetzt in die Herbstferien. Da habe ich auch eine Woche gebucht. Also für mich jetzt so. Ich bleibe zu Hause, aber ich hänge dann auf dem Sofa herum. Ich wäre ja sehr gerne dabei gewesen bei deinem liebsten Geburtstag. Ja, das stimmt. Du hast ja letztes Jahr sogar schon dazu eingeladen oder Anfang des, nee, letztes Jahr hast du schon dazu eingeladen. Aber tatsächlich hatte ich an dem Tag schon einen anderen Geburtstag. Ja, das ist richtig. Ja, nee, deswegen, das war sehr schade, sonst wären wir auf jeden Fall gekommen. Und es sah auf den Fotos aber wirklich, ja, wie nennt man das, erinnerungs- oder denkwürdig aus, dass man sich wieder gerne daran zurückerinnert. Absolut. Ich kann, ich kann, es kann, also es sind so viele denkwürdige Ereignisse gewesen an diesem Abend, dass ich da jetzt gar nicht hier so ins Detail gehen möchte. Aber naja, auf jeden Fall haben alle ganz, ganz stark in mein Terrarium reingeguckt, was, also wir haben zu Hause gefeiert bei uns, also wir haben so eine Hausparty gemacht, weißt du? Wir haben die große, die große Diele ausgeräumt, alle Sofa raus, Tisch raus und so weiter und so fort. Dann gab es quasi unterschiedliche Erlebnisarenen, also einmal die große Erlebnisarena Diele, landwirtschaftliche Diele, sag ich mal, mit Tanzfläche und zum Sitzen. Und dann gab es die Küche, in der man sich sitzen konnte und das Herrenzimmer hier, das Büro, in dem ich jetzt hier aufnehme, war auch noch zum Sitzen vorbereitet. Also überall saßen Leute herum und dann haben noch Leute im Westflügel Dart gespielt, in dem Zimmer meiner Söhne. Also es war, es war richtig was los hier in der Bude und natürlich haben alle in das Terrarium reingeguckt. Und ich weiß von einem Gast, der dann auch davor stand und der stand zusammen mit einem vor und der ist immer so ein bisschen lustig. Und der hat dann dem Kollegen gesagt, der da reinguckte, ob er es denn sehen kann. Und er sagte, wie, was denn? Was soll ich denn sehen? Ja, sollen wir sie mal rausholen? Oh, nee. Und da haben wir, und da hat er so ein bisschen die Tür, nee, 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 lass mal, lass mal, lass mal. Da war ja, da war noch gar nichts drin im Terrarium natürlich. Also, aber es hat gereicht, um die Menschen so ein bisschen, ein bisschen zu, ja. Zu verängstigen oder verwirren. Zu verängstigen, ja, zu verwirren, ne. Naja, wir werden über das Terrarium an dieser Stelle hier nochmal sprechen, wenn wir eine Folge machen über, darüber, wie es sich entwickelt hat in der Vergangenheit. Aber eins kann ich sagen, ich habe hier in der Dose, guck mal, so eine, so eine Plastikdose, Carla, hier. Und das will ich doch mal zeigen. Und ich zeige dir jetzt mal hier was in die Kamera rein. Kannst du sehen? Ach, nee. Das ist, nee, du brauchst nicht, du brauchst nicht, das ist die Haut. Ach, das ist die Puppe, also die, die, ja. Das ist die Haut der Mantide, also der Gottesanbeterin, die sich inzwischen zweimal gehäutet hat im Terrarium. Ich wollte gerade sagen, Olli, weil du zeigst mir das so und es hätte ja sein können, dass du mir jetzt das tote Tier zeigst. Ja, Carla, darüber sprechen wir dann noch an anderer Stelle. Es gibt so viel zu erzählen zu diesem Terrarium, zu der Mantide. Das ist eine extra Folge, die wir, die wir hier nochmal aufnehmen müssen. Das wird bald kommen, aber an dieser Stelle erstmal noch nicht. An dieser Stelle und in dieser Folge wollen wir uns über etwas unterhalten, was mich auch und was dich ja eigentlich auch schon seit einiger Zeit wirklich begeistert. Und spätestens seit der vorletzten Mai Botanica, muss ich sagen, oder war es schon, vielleicht war es auch schon die Botanica davor, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also auf jeden Fall seit April, also ganz sicher seit April. Ja, spätestens seit April hat mich das Thema Platicerium, also Geweihfahren, nicht mehr losgelassen. Denn da gab es Aussteller auf der Mai Botanica, die Geweihfahne gezeigt haben, ganz unterschiedliche Geweihfahne. Und ich weiß, dass wir auch schon auf der IPM mal ganz tolle Dinger gesehen haben in Essen, auf der letzten oder der vorletzten. Ich bin mir gar nicht so sicher. Da lief das aber so durch und das war so, so exotisch für mich, dass ich dachte, guck mal, das habe ich ja noch nie gesehen. Aber ich habe mir nicht vorstellen können, dass man das bei sich in der Wohnung irgendwie an die Wand hängt und den Rehbock quasi. Und das ist erst so richtig mir bewusst geworden, als ich das da gesehen habe auf der Mai Botanica und gedacht habe, boah, das sieht einfach mega geil aus. Wenn du es jetzt so beschreibst, dann kann man ja fast sagen, das ist der vegane Hirschkopf an der Wand. Ja, irgendwie schon. Absolut. Kann man, kann man wirklich so sagen. Wobei man so einen Geweihfahnen natürlich gar nicht unbedingt an der Wand haben muss, sondern wenn man in den Gartencenter geht, findet man einen Geweihfahnen in der Regel im Topf. Und zwar nicht nur einen Geweihfahnen, sondern meistens sind es mehrere Geweihfahne, die da in einen Topf gesteckt werden. So habe ich die bei mir auch im Laden verkauft, also mehrere Pflanzen in einem Topf und die sind dann über den Topf rübergewuchert mit ihrem einen Blatt, was sie da auch schön ausbilden. Die haben, da muss ich vielleicht später zu kommen, weil die haben ein ganz besonderes, zwei ganz besondere Blätter. Okay, ja. Was ich, was ja die meisten Leute haben, wir können ja mal so ein bisschen einsteigen in das Thema, was die meisten Leute haben und was so auch der vermeintlich einfachste Geweihfahnen ist, den es dann in der Regel im Gartencenter oder so gibt, ist ein Bifurcatum. Richtig. Das ist der Standard Geweihfahnen. Es gibt natürlich auch noch weitere Arten. Es gibt 18 verschiedene Arten, die Platycerium, das heißt die Gattung, die gehört zu der Familie der Tüpfelfahnengewächse. Fand ich auch irgendwie ein schönes Wort. Und genau, da gehören 18 weitere Arten dazu, zum Beispiel der Superbum, der Grande und dann habe ich noch den Veitchi rausgesucht. Und der Veitchi, das ist halt auch so ein Fahn, der Fahn, der erinnerte mich vom Namen her an die Anturium Veitchi. Das ist ja die King Anturium. Deswegen hatte ich den jetzt nochmal mit aufgeführt. Man sagt auch, einige sagen auch Veitchi, ne? Veitchi, wie hast du jetzt gerade gesagt? Nicht chi, also. Veitchi? So wie Chemie. Wie Chemie? Veitchi? 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 Der eine sagt Veitchi, du sagst Veitchi. Nee, sch. Nicht sch, sondern sch. Schfagnum. Hier ist die Aussprachedatenbank. Schön. Genau. Da müssten Umlaute stehen, dann könnte man es vielleicht identifizieren. Das könnte ja auch weit chi sein, weil manche sagen ja auch China und Chemie. Genau, also irgendwie so halt. Ja. Ich habe, ich habe noch andere rausgesucht. Also die sind ja also wirklich unterschiedlich in der, ich sag mal, in der Form. Ausführung ihrer Blätter. Ja, genau. Ich habe erst mal, das habe ich immer schon, habe ich immer schon problematisch gefunden, wie ich das eigentlich beschreiben soll, was das für Blätter sind. Also es sind ja zwei unterschiedliche Blätter am, am Geweihfahren. Ich habe immer gesagt, das Schild und die Blätter, ne? Aber ich habe jetzt gesehen im Internet, man sagt auch Mantel oder Nischenblätter und Wedel. Also Mantel oder Nischenblätter, das sind die Blätter, die sich so rundlich um, am Boden befinden. Und je nachdem, wenn man es montiert hat an der Wand, dann schließen sie so mit der, die Platte so ab, auf der der Geweihfahnen montiert ist, ne? Und wachsen auch nicht so häufig und nicht so viele, wie jetzt zum Beispiel die Wedel. Richtig. Oder die Geweihblätter. Ja, die, genau. Ja, wobei ja eben die, ja, genau. Ja, das eine ist der Mantel, das Nischenblatt ist ja auch ein Blatt. Also es gibt die Geweihwedelblätter und die Mantel- und Nischenblätter. Wobei Nischenblätter, weiß gar nicht, warum die Nischenblätter sind. Das hast du eigentlich ja schon ganz gut alles so eingeordnet. Also wir haben jetzt gerade gemerkt, es gibt beim Geweihfahren zwei verschiedene Arten von Blättern. Und da ist das schildförmige, flache Blatt, das wächst an der Basis der Pflanzen und das dient als Schutz zum Wasserspeichern. Also, dass die Pflanze nicht so schnell austrocknet. Diese, ja, Schildblätter, die trocknen allerdings aus, denkt man, weil sie braun werden. Also sie werden auch leicht trocken. Sie sind aber noch lebendig. Und die sind auch ganz wichtig für die Gesundheit der Pflanze. Also die darf man auf jeden Fall nicht entfernen. Die müssen dranbleiben. Und was auch ganz spannend ist, diese Blätter sind steril. Das heißt, sie sind nicht für die Fortpflanzung der Pflanze verantwortlich. Das sind dann die langwedelgeweihförmigen Blätter. Die, genau, die ähneln halt einem Geweih. Deswegen heißt diese ganze Fahngruppe auch Geweihfahne. Und die können mehrere Meter lang werden. Das ist natürlich artabhängig. Nicht jede Pflanze oder jeder Fahn bekommt meterlange Blätter. Die Pflanze hat dann halt diese sterilen Blätter und dann hat sie fertile Blätter. Das heißt, die sind für die Vermehrung zuständig und auch für die Photosynthese verantwortlich. Wo sind die jetzt? Das sind die Wedel. Die fertilen Blätter, das sind die Wedel. Ah, okay. Das sind die, wo auch diese Sporen dran sind. Das, was man so als weiß, weiß so sieht. Genau. Dazu habe ich eine, dazu habe ich eine tolle Geschichte. Die erzähle ich jetzt, bevor ich sie hinterher wieder vergesse. Sehr gerne. Die erste, die ersten, ich habe zwei Geweihfahne, also bei mir, können wir gleich nochmal drüber sprechen, montiert an so einer Platte. Die waren aber am Anfang auf einem, in einem Topf natürlich. Das habe ich aber überhaupt nicht geschnallt, dass das zwei waren und wo vorne hinten ist und ich habe einfach ein Geweihfahnen gehabt und dachte so, ja, den habe ich mir schicken lassen. Jetzt habe ich ein Geweihfahnen und dann wollte ich den montieren und dann habe ich den auch erstmal in Gänze an so ein Ding dran montiert, an so eine Platte. Also das ganze Ding an diese Platte dran montiert und dann habe ich irgendwie mit diese, ich weiß gar nicht, ob ich das sofort gemacht habe. Aber ich glaube, nee, es war später, also ich habe die dann da irgendwie so hängen gehabt und die wuchsen auch irgendwie. Und dann habe ich mir die nach einer Weile angesehen, so diese, diese Wedelblätter und dachte so, da ist ja wo halt Staub drauf, muss ich mir den Staub wegmachen. Und dann habe ich echt diesen, diese, diese Sporen da abgewischt und runtergeschrubbt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Oh, deine arme Pflanze. Ja. Und hinterher habe ich erst gelesen, oh nein, das darf man doch nicht machen, das ist total schlecht, wenn du das weg machst, weil die Pflanze dann total anfällig wird für Krankheiten. Ja, Bakterien, Pilze und Schädlinge. Bakterien, all so ein Gefrickel, ne. Ich kann sagen, also so dumm muss man erst mal sein, ne, aber so ist es halt, wenn man sich nicht richtig beschäftigt damit, sondern einfach mal so irgendwie macht, wie das so meine, wie ich das so üblich mache, ne. Ich fange halt irgendwie so an und mache da irgendwie und hinterher denke ich so, oh, das war irgendwie nicht so gut gewesen. Aber was ich sagen kann ist, dass die Dinger, dass die Dinger immer noch leben. Ich habe die ja erst an eben zusammen an so eine Platte dran montiert und dann sind die, dann sind auch diese, diese Mantel und Nischenblätter erst gewachsen. Und dann habe ich irgendwann geschnallt, ey, du hast ja zwei, du musst die ja jetzt, du musst die eigentlich auf zwei Platten drauf montieren. Dann habe ich die getrennt und das habe ich im Internet gesehen, die sind ja auch sehr rabiat, diese Brüder, die da irgendwie dran gehen und diese mit so Gabeln, so Unterhaken aus diesen Körben rausbrechen, sage ich mal. Und mit Messern richtig zerschneiden, mit so Brotmessern. Da habe ich gesagt, da kannst du nicht viel kaputt machen, dachte ich dann so und da kannst du mal richtig hier rumwullacken. Und dann habe ich die dann eben da getrennt. Dummerweise ist dann halt leider dieses Mantel und Mantelblatt ist dann irgendwie braun geworden. Das hat es irgendwie nicht so richtig vertragen, dieses Umsetzen. Aber das habe ich halt gemacht, wie ich das gemacht habe, kann ich gleich nochmal erzählen. Aber Fakt ist, die beiden Dinger leben noch und obwohl ich diese Sporen da weggewischt habe, leben diese beiden Geweihfahne ganz wunderbar und wachsen auch weiter. Aber es ist ja gar nicht so schlimm, Oli, dass dein Blatt braun geworden ist, weil das wird ja in der Natur auch ganz normal braun und das erscheint ja dann trocken, ist aber trotzdem lebendig. Ja, habe ich natürlich auch das erste Blatt auch mal irgendwann weggemacht. So, was soll da trockene Kram hier, weg damit. Also ich habe, genau, ich habe also alles, ich habe erstmal alles falsch gemacht, was man falsch machen kann fast bei diesen Dingern. Aber guck mal, die sind super viel gleich, die haben dich überlebt. Sie haben es wirklich überlebt und ich habe schon Videos geguckt, dass Leute sagen, total anstrengend und schwierige Pflanze, ganz so, oh und so. Aber also bei mir kann ich sagen, wenn die mich überleben, dann so extrem schwierig, können sie dann auch nicht sein. Das würde ich jetzt auch so unterschreiben, ja. Ja, also wir haben ja eben gerade schon so ein bisschen was über die Blätter und so erfahren und dass du sie auch auf etwas montiert hast. Und da ist natürlich ganz interessant, wie lebt die Pflanze denn normalerweise? Und zwar ist sie wie Orchideen, wie viele Orchideen, epiphytisch wachsend. Das heißt, sie wächst auf Bäumen. Sie ist aber nur aufsitzend oder nutzt es als Stützpunkt und zapft nicht den Baum an als Nahrungsquelle. Also sie ist kein, nennt man das Parasit? Nee. Kein... Wie nennt man denn sowas? So wie die Mistel, ne? Ja, 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 genau. Ja, wie nennt man das nochmal? Ne, Parasit ist nicht richtig. Nutznießer? Nein, auch nicht. Wie nennt man das? Die Mistel ist eine, ähm, äh, Dreckspflanze. Nein, was ist die denn nochmal? So, ich hab's jetzt gefunden, ein Schmarotzer. Ach, ja, natürlich, klar, Schmarotzer. Kennt man aus der Verwandtschaft häufig. Ja. Na, klar. Nein, es ist keine Schmarotzerpflanze, sondern halt wirklich einfach nur auf dem Baum sitzend oder als Stützpunkt nutzend und sie hält sich da halt fest. Genau. Und die Pflanze kommt aus den tropischen und subtropischen Regionen. Das heißt ungefähr so Afrika, Australien, Asien und Südamerika. Genau. Und, und, wenn du sie, wenn du sie halten willst, das hab ich ja auch schon gefunden, musst du, also, ist relativ hell, mag sie es gerne, ne? Also. Richtig, indirektes Licht. Hell oder halbschattig, aber keine direkte Sonne. Dann könnte es sein, dass die, die, die Blätter verbrennen, ne? Genau. Wenn sie direktes Sonnenlicht bekommt, dann findet sie es überhaupt nicht cool. Man kann sie auch dunkler als helles indirektes Licht stellen, aber dann wächst sie sehr langsam. Ich hab sie, ich hab auch einen Geweih fahren. Ich bin auch stolz Besitzerin eines wunderschönen Platizieriums. Und, ähm. Sag nochmal kurz, wie der genannt wird bei dir zu Hause. Also nicht von dir. War das Salat? Ja, das war es wohl. Dieser komische Salat? Ja, mein Mann ist, ähm, also ich bin stolze Besitzerin. Mein Mann ist, ähm, unglücklich darüber, dass er in unserem Wohnzimmer steht. Es ist, äh, jetzt sehr glimpflich ausgedrückt. Er ist unglücklich. Du hast ja noch nicht mal einen Nagel in die Wand geklopft dafür. Ich durfte es auch nicht. Ja, sie ist da so. Deswegen steht er da noch. Das ist so dieses, äh, gegeneinander gegenhalten. Ich möchte, dass er auf die, an die Wand gehängt wird. Und er möchte die Pflanze überhaupt nicht haben, weil er sie furchtbar findet. Es ist ja natürlich auch jetzt so eine Geschmackssache, ob man so einen Fahnen, so einen Salatkopf mag. Ja. Ähm, ich finde ihn auch so wie Olli ganz toll. Und er halt absolut überhaupt nicht. Und deswegen steht er jetzt einfach nur auf meiner noch nicht fertigen Pflanzenvitrine. Und, ähm, ja, mal gucken, wer den längeren, äh, das längere Durchhaltevermögen von uns beiden hat. Ja. Sag noch mal ein bisschen was zum, also Standort, äh, Temperatur, Licht und so weiter. Diese ganzen Dinge, wo, die du da aufgeschrieben hast. Ja, hier, ich hab meinen, meinen Zettel hier. Mit den wichtigen Infos. Und zwar, also, genau, indirektes, helles Licht findet er super. Ich hab ihn jetzt zum Beispiel hier so stehen, dass ein ganz, ganz, ganz bisschen Sonnenlicht auf die Pflanze fällt. Aber auch wirklich eher tiefer im Raum drin stehend. Und, ähm, er kann auch mit weniger Licht als dem hellen, indirekten Licht umgehen. Aber dann wächst die Pflanze sehr langsam. Und, äh, ja, da hat man nicht so viel Freude dran. So, was die Luftfeuchtigkeit anbelangt. Im Winter ist es dann jetzt ganz spannend. Also, heute hatten wir zum Beispiel den Regentag, da haben wir 72 Prozent Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. Findet der klasse. Alles, was zwischen 50 und 70 Prozent ist, ist super. Wenn wir jetzt aber Richtung Herbst gucken, ähm, und die Heizung angeht und dann ist Winter, dann haben wir gerne auch mal so 30 Prozent Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. Das wäre nicht so toll. Da ist tatsächlich dann doch ein Luftbefeuchter in der Nähe, der regelmäßig die Luft befeuchtet, ähm, oder das Badezimmer, ein guter Standort oder eine gute Option. Der Gewallfahren, der muss auch einmal die Woche getaucht werden. Das heißt, äh, wenn man ihn zum Beispiel wie Olli auf so eine schäge Platte gewimmontiert hat. Gemountet. Ja, gemountet. Ja, das heißt ja wirklich so. Ja. Ähm, gemountet hat. Dann, ähm, kann man ihn auch gerne richtig tauchen. Wie lange tauchst du den dann? Ja, ganz, also das ist ja folgendermaßen. Also ich habe schon sehr unterschiedliche Dinge gesehen, was man damit und wie man ihn gießen sollte. Ähm, es gibt Leute, die sagen, man soll ihn tauchen. Da habe ich schon was gesehen von 30 Minuten tauchen. Andere sagen, so lange bis die Luftblasen rausgehen und also, ne, bis die Luftblasen weg sind. Es, man kann es aber auch, also, es ist auch, es gibt auch eine Philosophie, einige sagen, man soll im Prinzip das, 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 den, das Mantel, das Mantel, das Mantelblatt soll im Wasser sein, aber nicht die Wedel. Ich habe es bisher immer so gemacht, dass ich das ganze Ding kopfüber oder eben so richtig untergetaucht habe in meiner Regenwassertonne im Sommer. Ja, aber im Winter. Ja, ja, und dann lasse ich das so lange da drin, bis die Bläschen nicht mehr aufsteigen. Dann ziehe ich es raus, lasse es abtropfen, kippe es nochmal, damit sich das Wasser so ein bisschen aus da, da raus weht, damit es keine, keine Schimmel oder, wie sagt man, so keine, kein Matsch gibt, irgendwie so, ne, das nicht anfängt zu gammeln. Und dann hänge ich das Ding wieder auf. Die waren auch jetzt im ganzen Sommer draußen. Das fand, die sind die kaum gewachsen. Im Moment wachsen sie wieder, jetzt sind sie drinnen und wachsen sehr viel besser. Ja, wahrscheinlich war es zu hell. Na, eigentlich, die waren nicht in der Sonne. Aber egal, zu hell kann ich sein eigentlich. Sie hatten auch keine Verbrennung. Es gibt Leute aber, die sagen, man sollte sie mit dem Holz zuerst flach ins Wasser legen, runterdrücken, dass dieser Schild im Wasser ist und dann eben da drin lassen und, ja, dann streiten sich die Gelehrten wieder, drei Minuten, 30 Minuten, wie auch immer, drin lassen. Aber eben nicht diese Blätter, diese Wedel im Wasser lassen. Es gibt aber auch Leute, das habe ich auch schon gesehen, wirklich bei Experten, die haben den, hängen den, haben den so hängend quasi und gießen ihn von oben. Das geht auch. Ich weiß nicht, wie viel man dann Wasser da drauf kippt, keine Ahnung. Aber das reicht offensichtlich auch, um ihn zu befeuchten. Ich denke mal, dass er dann doch gar nicht so extrem viel Wasser braucht. Und wenn man, wenn es gießen reicht, es sind ja unterschiedliche Dinge. Ob ich 30 Minuten ins Wasser lege oder von oben ein bisschen gieße, ist ja schon eine sehr große Spannweite, wie viel Wasser er dann bekommt. Also, wenn ich mir das so anhöre, dann würde ich einfach direkt mal dazu sagen, Fahne sind Pflanzen, die niemals austrocknen sollten. Ja, das stimmt. Also, die Fahne, die sollen ja in Orchideenrinde oder Mosen auf so eine Platte montiert werden. Und das heißt ja, dass niemals das Substrat ausgetrocknet ist, dass niemals das Moos trocken ist. Und man das Moos nie so lange befeuchten muss, dass es dann auch richtig die Feuchtigkeit oder das Wasser hält. Deswegen für mich finde, also wenn ich das so höre, 30 Minuten viel zu lang. Das finde ich viel zu lang. Da kann dann auch gern schon bei, also bei Alokasien würde da direkt Wurzelfäule entstehen, wenn man die da so lange unter Wasser hält. Ich würde das auch eher so machen, dass ich die Platte zuerst und dann das Schild rein und dass diese ganze Einheit, die die Pflanze mit Wasser versorgt, dass die untergetaucht ist. Und dann, wie du sagst, bis diese Bläschen halt weg sind, bis ich auch das Gefühl habe, dass vom Gewicht her der Gesamtpflanze da Wasser gehalten wird von dem Moos und von dieser Rinde. Und dann würde ich es wieder rausholen und dann abtropfen lassen und hinhängen. Genau. Und so ein ganz guter Indikator, wann die Pflanze wieder gegossen werden muss, ist halt eben das Moos, was du drumherum hast. Also ich habe da eben das mit Sphagnomoos gemacht, auf die Platte montiert. Können wir gleich nochmal darüber sprechen, genau wie das genau funktioniert. Wenn das Moos trocken wird, dann kann man wieder gießen. Also dann kann er wieder getaucht werden. Aber dieses Schildblatt, das wächst irgendwann so groß über das Moos rüber, dass man da ja gar nicht mehr so recht sieht, ob dann das Moos trocken oder feucht ist. Und da ist wirklich der Tipp, dann gut zu gucken, wie schwer ist die Pflanze, wenn ich sie gegossen habe und wie leicht ist die Pflanze, wenn ich sie eventuell gießen muss. Das ist dieses Gewicht so ein bisschen nach Gefühl. Und da kann man halt wirklich einmal die Woche dann überprüfen. Ja, einmal die Woche ist eigentlich ein ganz guter Wert so. Da macht man eigentlich, glaube ich, nichts falsch. Nee, finde ich auch. Genau. Ja, und Dünger wollen die Pflanzen natürlich auch. Da ist Flüssigdünger das Mittel der Wahl. Man kann natürlich auch mit einem Langzeitdünger arbeiten. Den kann man aber am besten nur verwenden, wenn man die Pflanze frisch auf das Brett montiert. Dann direkt mit der Orchideenrinde, dem Moos vermengen und dann alles zusammen auf die Platte binden. Das ist ja ein Binden, was man da macht mit so Fischgarn ist es, glaube ich. Unter anderem, ja, Angelschnur kann man machen, genau. Ja, 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 genau. Und wenn dann dieser Langzeitdünger nach, ich glaube, sechs Monaten reicht der, verbraucht ist, dann sollte man auf jeden Fall mit Flüssigdünger arbeiten und dann kriegt man auch den Dünger an jede Stelle, wo man ihn haben möchte. Und das sollte man in der Wachstumsperiode alle vier bis sechs Wochen machen. Die Pflanze wächst ja sehr langsam, deswegen braucht sie nicht so viel Dünger. Genau. Ich habe das bisher so gemacht, dass ich, beim Montieren der Geweihfahne habe ich ein bisschen Osmocot. Das sind so kleine Kügelchen. Osmocot. Was? Osmocot. Ja, heißt das nicht so? Ich habe gerade meine lustigen fünf Minuten natürlich. Doch, das habe ich genommen und habe da so ein paar Dinger da reingemacht. Das hält wirklich so sechs bis neun Monate. Und es gibt aber noch verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Also wenn man bei den Osmocot-Kügelchen bleiben will, gibt es noch zwei andere Möglichkeiten. Die eine Variante habe ich jetzt zum Beispiel gesehen auf der MyBotanica. Der Händler, der die Geweihfahne verkauft hat, der hatte so ein kleines, schwarzes Körbchen. Und das, da war der Osmocot drin und das war dann in die Pflanze oben reingesteckt. Wenn sie dann also gegossen wird, gab das dann immer ab. Man kann das auch direkt in so ein kleines Teesäckchen, so ein kleines Teesäckchen, kann man es auch reinmachen und drückt man das einfach von oben in das Moos rein, in die Pflanze, dann ist es auch da drin. Das würde auch funktionieren. Oder aber, dritte Variante, da sind wir beim Flüssigdünger, wenn ihr ein bisschen Flüssigdünger in das Tauchwasser reingebt, dann könnt ihr eben damit auch den Geweihfahnen düngen. Ja, so würde ich das auch machen. Das ist am einfachsten. Ja, da weiß ich nur nicht genau das Verhältnis, ehrlich gesagt. Weil, wie viel Wasser habe ich da drin und wie viel mache ich dann da rein? Naja, kannst ja einfach eine Gießkanne mit zehn Litern machen, also fertig machen, Dünger rein und dann gibst es in eine Wanne. Ja. Also du hast jetzt natürlich deine Regentonne draußen, das ist was anderes. Das mache ich nicht. Jetzt im Winter ist natürlich, geht das natürlich nicht. Also jetzt im Herbst und Winter, jetzt ist das Wasser schon draußen recht kalt. Also das würde ich jetzt nicht, ich habe ihn jetzt vor einigen Tagen das letzte Mal draußen gewässert. Jetzt kommt er in so eine Plastikwanne oder Plastikkiste, so eine Baumarkkiste, wo ich Wasser reintue und dann lege ich ihn da rein und das ist dann die Winterbewässerung. Deine kleine Badewanne. Genau. Ja, wir hatten ja vorhin auch schon so ein bisschen über die Sporen gesprochen und das ist natürlich der, ja, normalste Weg für die Pflanze, um sich zu vermehren, aber sie hat auch noch eine Vermehrungsform, die ein bisschen schneller geht als die Sporen, weil das dauert echt ziemlich lange, bis aus so einem kleinen Spörling eine richtige Pflanze geworden ist. Spörling? Ja, das habe ich jetzt so gesagt. Ja. Genau, also die Pflanze bildet Kinder aus. Das heißt, sie bekommt kleine Tochterpflänzchen, die man dann ganz einfach abtrennen kann und ja, die bilden sich im Prinzip an der Basis der Pflanzen. Bei meinen Fahnen ist das sogar passiert. Da ist nämlich so ein kleines Schildblatt gewachsen und da kommt jetzt so ein ganz kleiner Nupsi und dieser Nupsi ist dann dieses lange Geweihblatt später. Oh, toll. Ja, das finde ich auch richtig klasse. Oh, das kannst du wirklich abtrennen, das ist ja der Hammer, wenn du das siehst bei den Videos, wie die Jungs diese Dinger da rausbrechen, wie mit so einer Gabel, wirklich wie so eine Grillfleischgabel, wie wird das da rausgebrochen? Also so richtig gewalttätig, aber ist halt so. Jede Alokasia schreit gerade. Ja. Ja, das scheinen die Wurzeln auch irgendwie ganz gut zu verpacken. Also ich glaube, die Wurzeln sind auch nicht so extrem groß. Nee, also Fahnen haben aber ein feines Wurzelsystem, aber ich glaube nicht, dass das, also das, was meinen Fahnen da ein Wurzelsystem hat, ist nicht so viel. Ich habe im Laden unten noch einen größeren Geweihfahn, den habe ich auf der Straße gefunden und einfach mitgenommen. Der hat auch richtig schöne lange Wedel und der hat so viele Wurzeln, dass die schon aus dem Topf rausgewachsen sind. Und auch das ist ein ganz feines Wurzelwerk und das ist sehr braun. Das ist aber keine Wurzelfäule, sondern die Wurzeln sind braun. Soll ich, jetzt wäre vielleicht ein guter Moment, wo ich mal erzähle, wie ich das Ding montiert habe auf die Pflanzen. Ja, ich finde schon, ja. Ja? Werbung. Wir wollen euch heute mal einen Podcast vorstellen, bei dem wir sogar schon mal zu Gast waren. Es geht um den Podcast im Traumgarten von der Podcast von Gardena. Dieser Podcast ist für alle Hobbygärtner und Gärtnerinnen und natürlich auch für solche, die es noch werden wollen, gemacht. Also wahrscheinlich für fast jeden von euch, denn die Pflanzenwelt hört ja nicht in den eigenen vier Wänden auf. Ihr wisst ja, ich bin ein leidenschaftlicher Gärtner, also zumindest sitze ich gerne im Garten und ruhe mich da aus. Aber wenn man den Podcast von Gardena hört, dann bekommt man natürlich richtig Lust, auch loszulegen, umzugraben, zu pflastern, einen Teich anzulegen und Beete zu bepflanzen. Und in jeder Folge, da erwartet euch eine Reise mit spannenden Gästen aus dem Gartenbereich. Es geht mitten rein in die grünen Oasen, egal ob in den Garten oder auch auf den Balkon. Wenn du dich also fürs Gärtnern interessierst, dann bist du da genau richtig. Es gibt immer handfeste Gartentipps, mit denen du deinen persönlichen Gartentraum verwirklichen kannst. Und ich habe zum Beispiel in der letzten Folge gehört, wie man einen naturnahen Garten anlegen kann. Und Gardena hat natürlich nicht nur einen tollen Podcast, in dem ihr euch tolle Tipps und eine Menge Inspirationen abholen könnt. Denn seit mehr als 50 Jahren bietet Gardena alles an, was leidenschaftliche Gärtnerinnen und Gärtner benötigen. Das ist ein breit gefächertes Sortiment, das im Prinzip alles umfasst für die Bewässerung, die Rasenpflege, die Baum- und die Strauchpflege und natürlich die Bodenbearbeitung im Garten. Wir können euch nur empfehlen, hört euch den Podcast von Gardena an, lasst euch inspirieren von den vielen Ideen und den Erfahrungsberichten, die ihr da zu hören bekommt. Und wenn ihr dann merkt, dass euch noch das nötige Gartenequipment fehlt, dann seid ihr im Shop von Gardena natürlich genau richtig. Und das Beste mit unserem Code GRÜN15, also G-R-Ü-N-1-5, spart ihr ganze 15 Prozent auf das gesamte Sortiment. Der Code gilt für Deutschland und auch für Österreich. Alle Infos dazu, den Link zum Podcast, den Link zum Shop und den Code findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Da ist ja eigentlich im Prinzip wurscht, was es für eine Holzplatte ist. Ich habe so eine olle Holzplatte, so eine dicke Spanplatte hier bei uns genommen und noch eine ganz lustige Platte und zwar eine, so eine Pferdeplatte, die an den Stalltüren bei uns hing, von den Pferden, wo der Name des Pferdes drauf stand und so die Abstammung und so wurde dann immer drauf geschrieben. Das ist ja schön. Das ist ganz lustig. Ja, das finde ich richtig schön, weil es ist nicht so eine Basic-Holzplatte, wie ich sie benutzt hätte. Die ist schwarz, schwarz, so eine schwarze Platte und da habe ich es dann drauf montiert. Ihr braucht Sphagnomoos, ihr braucht Kokoschips. Ich habe sogar gesehen, bei einem, der das gemacht hat, der benutzt da auch statt der Kokoschips so Bimsstein. Dann braucht ihr Bonsai-Draht oder überhaupt irgendwie ein Draht, Angelschnur, ein paar Nägeln, Drahtschneider und natürlich, wenn ihr das eben machen wollt, Langzeitdünger im Osmo-Code oder was auch anderes oder eben, wenn ihr hinter Flüssigdünger machen wollt, dann braucht ihr das halt nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe zunächst mal auf die, mir die Stelle auf der Platte rausgesucht, wo das Ding drauf kommen soll. Das muss dann auch irgendwie so halbwegs drauf passen. Dann habe ich zwei Schrauben seitlich an das Holz gemacht, so mittig in die, also da, wo die, wenn die, die mir überlegt, wo kommt es drauf, dann so mittig von der zukünftigen Stelle, wo er hinkommt, so an die Seiten dran geschraubt und dann noch eine Schraube oben und unten, also überhalb des, der Stelle, wo das, der Geweihfahrt montiert wird und unterhalb der Stelle, wo der Geweihfahrt montiert wird. Also im Prinzip auf dem Rett so, rautenförmig. Genau, so ein bisschen rautenförmig, dass da irgendwie das Feld so ein bisschen abgesteckt. Dann habe ich Sphagnomoos genommen als Unterlage. Das wird wie so ein Ring dahin gelegt, also dass ihr an den Seiten das ein bisschen im Kreis so höher habt, in der Mitte eher weniger. Und dann macht ihr in die Mitte ein bisschen befeuchtete, befeuchtete Kokoschips und wenn ihr das, wenn es, aber das geht schon sehr special und für Geweihfahrten, die es ein bisschen trockener mögen, da kann man eben diesen, diesen Bimstein nehmen, aber das lassen wir mal an dieser Stelle raus. Es geht auch Orchideenrinde. Zum Beispiel, das geht auch, genau. Und dann könnt ihr da schon in diese, in diese Mitte mit den Kokoschips könnt ihr schon den Dünger reinmachen, entweder diesen Osmo-Code oder ihr macht dann da irgendwie, ja, oder ihr wartet hinterher, bis ihr es fertig habt, drückt von oben dieses Säckchen rein oder das Körbchen zum Stecken, gibt es dann auch bei Amazon zu kaufen, habe ich schon gesehen. Leider muss man dann irgendwie gleich irgendwie 20 von diesen Körbchen kaufen, deswegen ist das irgendwie uncool. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Vielleicht, das wäre noch mal eine Idee, dann nochmal bei der nächsten MyBotanica vielleicht nochmal auf dem Händler zuzugehen, vielleicht schenkt er mir einen oder euch oder gegen Geld, dann so ein Ding. Ali will immer Geschenke. Jetzt hat er einmal seinen Geburtstag gefeiert, jetzt will er Geschenke. Genau, ich bezahle das auch. So ist es nicht. So, dann habt ihr das gemacht, dann setzt ihr die Pflanze oben drauf, da müsst ihr ein bisschen gucken bei der Pflanze, die hat eine obere und eine untere Seite. Wie meinst du das? Ja, also wo das Rhizom steckt und wo es rauswächst. Also da müsst ihr ein bisschen gucken, dass das Rhizom oben ist, dass die Wedel nach unten wachsen. Das müsst ihr so ein bisschen euch angucken bei dem Farm, damit ihr das richtig erkennt. Sonst ist es ein bisschen doof hinterher. Aber da muss man sich halt nochmal genau angucken. Ist es dann optisch doof oder ist es doof für die Pflanze und ihrem Wachstum? Ich glaube, das weiß ich nicht genau. Also optisch ist es auf jeden Fall doof, weil die Wedel wahrscheinlich nicht richtig wachsen. Die wachsen dann ja unterhalb. Also die fallen dann über das Rhizom. Da sollen sie nicht. Die sollen ja runterfallen. Ich weiß nicht, welche Auswirkungen das hat, wenn das Rhizom davon bedeckt wird. Ich glaube, dann wächst die Pflanze dann einfach nicht richtig. Dann müsst ihr natürlich, wenn ihr die Pflanze dann drauf gesetzt habt, fangt ihr an, einmal die Pflanze zu fixieren. Das heißt, ihr zieht einen Draht von der seitlichen Schraube über die Pflanze, über das Schild, über den Mantel, zur anderen Schraube. Und da macht ihr das fest. Dann habt ihr das schon mal festsitzen auf der Scheibe, auf dem Holz. Dann kann es sich mal hin und her wackeln. Genau, dann habt ihr es erst mal so sitzen und dann ist es fixiert. Und dann macht ihr ein paar Kokoschips drumherum und fangt dann an, mit dem Sphagnummoos einen, eben auch dann Sphagnummoos drumherum zu machen, alles schön rund ist. Und dann fangt ihr an, das Moos an der Unterseite mit der Angelschnur zu fixieren. Das heißt, ihr bindet es einmal an der Seite fest und zieht es dann rüber zu dem anderen und unten durch den Nagel, der auf der Scheibe ist, unten und fixiert das erst mal so. Dann macht ihr das Ganze an der Seite und auf der anderen Seite und dann oben. Also das muss man sich ein bisschen angucken. Das ist ja hier, wir sind ja kein YouTube-Video. Das müsst ihr euch dann noch mal anschauen. Und ich denke, ich werde euch mal ein Video in die Shownotes mit reinpacken, wo ihr das ganz gut sehen könnt, so wie ich das auch gelernt habe. Wenn ihr Instagram habt und bei der Suche Platizerium eingibt, dann gibt es auch so viele Instagram-Seiten, die natürlich englisch oder asiatischsprachig sind. Da müsst ihr dann über den Knopf Übersetzen einfach gehen und da wird das auch ganz, ganz viel gezeigt. Da könnt ihr auch sehen, wie grob die mit den Dingern umgehen. Ah, total. So, und dann müsst ihr immer zwischendurch mal ein bisschen Sphagnomoos dazwischen schieben und so, damit das alles so halbwegs auch diese Angelschnur verdeckt ist und damit es irgendwie so schön rund ist. Das ist ein bisschen Friemelei, gebe ich zu. Aber eins muss man dabei bedenken, ich habe das hingekriegt. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Du hast das so toll hingekriegt, Olli. Also das sieht so schön aus, das kriegt jeder hin. Ja, mittlerweile ist so ein bisschen Moos schon abgefallen durch diese ganze ewige Taucherei und sowas. So ein bisschen was verselbstständigt sich natürlich dann auch da, weil manchmal kriegt man es halt nicht so richtig fest. Aber egal, da bin ich jetzt so ein bisschen, da ist ein Wurscht. Wenn ihr so einen kleinen Tipp von mir haben wollt noch, ich habe es noch nicht gemacht, aber das Einzige, was ich weiß, ist, wenn man mit Draht arbeitet, dann ist es essentiell für die gesamte Drahtarbeit danach, dass der allererste fixierte Punkt, dass der stramm sitzt, weil sonst habt ihr verloren. Dann sitzt nämlich alles nur locker. Also wenn man da richtig schön den Draht festzieht, dann ist es gut. Ja, und ihr macht ja am Anfang diesen Draht über die Pflanze. Das macht ihr so mit einem Bonsai-Draht oder so einem Gartendraht, ist egal, glaube ich. Und das andere macht ihr mit der Angelschnur am besten. Da habe ich es gemacht. Angelschnur, Drachenschnur, diese durchsichtige Schnur, da sitzt das bombenfest eigentlich. Muss man aber echt, ja, so ein bisschen rumfummeln, gerade hinterher, wenn man es abschneidet. Man hat das ja, das ist ja eine Schnur. Du schneidest es ganz am Ende, schneidest du es erst ab. Dann nicht irgendwie zwischendurch irgendwie bindest es wieder fest und so, sondern das ist ein Prozess. Also man wickelt die Pflanze fest. Genau, es ist ein Prozess, der dann am Ende damit endet, dass du abschneidest und das dann nochmal irgendwie verknotest und dann ist gut. Und dann kannst du natürlich gucken, machst du oben noch so ein Säckchen Osmocot rein oder du hast es eben wie vorher schon unten reingemacht, den Dünger, dann passt das. Wir haben ja jetzt das Schildblatt und das Swagnummus. Wie hast du das gelöst, dass das Swagnummus nicht über das Schildblatt kommt oder ist es über dem Schildblatt, wenn du das fixierst? Nee, das ist an den Seiten. Also eigentlich funktioniert das ganz gut. Also du brauchst es nicht über das Schildblatt machen. Also das funktioniert so, ohne dass du es da machst. Ich gucke gerade mal eben kurz nochmal auf ein Foto, weil ich habe gerade hier den Geweihfahn nicht da. Deswegen muss ich mal einmal kurz in meinen Bildern nachschauen, wie das jetzt genau aussieht. Dann kann ich dir das vielleicht nochmal genau sagen. Wo haben wir den Burschen denn? Also so wie ich es mir vorstelle, nimmst du die Pflanze aus dem Topf mit Erde, wenn du sie kaufst, so wie sie halt so kommt. Dann machst du deine unteren Schichten, setzt dann die Pflanze in die Mulde rein, machst vielleicht ein bisschen von der Erde ab. Genau, ein bisschen was von der Erde kannst du abmachen, weil wenn die mal in den großen Topf kommt, dann ist die sehr hoch. Ja, ja, okay. Und dann setzen wir nur drumherum das Moos und die Kugelschips. Und dann bleibt das Blatt ja, also die Blätter bleiben dann frei. Das ist da drüber. Genau, das Blatt ist da drüber im Prinzip. Alles klar. Ja, genau. Ah, okay. Ja, cool. Mensch, ich muss das auch unbedingt machen. Ich habe so wenig Zeit gerade. Das ist echt schade. Das ist echt schade. Ja, aber es ist ein großes, also ich habe auch echt gedacht, ich wollte es unbedingt haben und habe gedacht, um Gottes Willen, was musst du dafür tun? Und dann, als ich das hinterher gemacht habe, war ich echt schwer begeistert. Ich glaube, ich habe irgendwo noch so ein Instagram-Video mal hochgeladen. Und ich werde das, glaube ich, noch mal hochziehen, dass ihr das vielleicht noch mal sehen könnt. Kann man ja einfach reposten. So. So nämlich, ne? Yes. Genau. So, Olli. Also, der Fahnen, der muss ja jetzt dann auch gepflegt werden. Und da gibt es ja auch einige Pflegefehler. Ja. Und da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil man macht sich ja dann schon die Arbeit, so wie du dann zum Beispiel, und möchte das ja auch dann alles richtig machen. Wir haben ja jetzt eben gerade schon gelernt, wie es so generell geht, aber dann gibt es natürlich auch ein paar Pflegefehler. Und das ist das Offensichtlichste, ist ja erstmal zu viel oder zu wenig Wasser. Also, Wurzelfäule durch Staunässe, das kennt jeder. Das weiß jeder mittlerweile, der jetzt hier alle Folgen schon gehört hat, dass es nicht gut ist für die Wurzeln. Aber natürlich auch dann das Problem des Wassermangels. Und da ist dann ganz wichtig, dass man wirklich schaut, wenn man im Urlaub ist, dass man vielleicht jemanden bittet, der dann die Pflanze gießt, weil sonst geht sie doch sehr schnell ein. Ich hatte nämlich mal einen Fahnen, der stand bei einem Kunden und die sollte ich regelmäßig gießen. Und dann habe ich gesagt, ich schaffe das nicht mehr und hatte denen noch gesagt, die Fahne, die müssten regelmäßiger gegossen werden. Und dann bin ich dann hin und die hatten es überhaupt nicht gegossen. Da war alles braun unten, die ganzen Blätter, die sind direkt vertrocknet. Und dann habe ich gesagt, wir versuchen es jetzt nochmal, gießt mal ein bisschen, vielleicht fängt er sich wieder. Dann bin ich da das nächste Mal irgendwie einen Monat später wieder gewesen. Und dann stand der Topf halb im Wasser, also wirklich der Übertopf war halb voll mit Wasser. Das war echt richtig schlimm und es stank widerlich. Also wirklich nach Gammelwasser, das war echt ekelhaft. Und das sind natürlich jetzt zwei krasse Extreme, die ich da miterlebt habe. Und ich finde, das kriegt man besser hin. Ich glaube, es ist eher dadurch, dass man das Ding tauchen muss, eher die Gefahr, dass man es zu wenig gießt. Ja, ich glaube auch. Vor allem im Sommer, wenn es jetzt so richtig heiß ist, wenn wir dann irgendwie wieder über 30 Grad haben, da kann es bestimmt auch schon mal zweimal die Woche sein. Also das Blatt soll ja davor schützen, dass die Pflanze nicht so schnell austrocknet, also das Schildblatt. Aber es passiert natürlich trotzdem. Die haben ja riesige lange Wedel und wenn da die Luft langzieht, dann geht ja auch Wasser verloren. Das ist ganz normal. Das ist wahrscheinlich eher das Problem meiner Fahne draußen gewesen, dass sie zu wenig Wasser bekommen haben, möglicherweise. Hm, okay. Aber sie leben immer noch. Hurra, sie leben noch. Genau, ja, und dann ist natürlich klar, der falsche Standort, also direkte Sonne, das kann die Blätter verbrennen und zu wenig Licht, das schränkt dann eher das Wachstum ein. Und genau, dann ist hier jetzt noch die Vernachlässigung der Luftfeuchtigkeit. Also wenn die halt wirklich zu trockener Luft bekommen, jetzt halt wirklich im Winter, wo wir jetzt auch gerade darauf zusteuern, dann trocknet die Pflanze einfach über die Luft aus. Weil die Luftfeuchtigkeit so niedrig ist, verliert die Pflanze über die Blätter so stark Wasser, dass sie dann richtig eingehen kann. Da ist es halt wirklich wichtig, die Pflanze vielleicht ins Badezimmer zu stellen oder einzusprühen. Ja, das habe ich auch wieder gelesen, sie mag es eigentlich nicht so, wenn man sie einsprüht. Nicht auf den Wedeln, das ist richtig, genau, aber das Blatt, das Schildblatt, das mag es. Also ich habe sie im Moment eingeweifahren noch so bei gut 60 Prozent bei mir in der Diele, aber da ist natürlich auch die Fußbodenheizung an und jetzt im Winter, wenn das natürlich, wenn mehr geheizt wird, dann wird sich die Luftfeuchtigkeit da auch noch senken. Und dann werde ich ihn auch nochmal woanders hinhängen, damit er da ein bisschen mehr bekommt. In meinem Winterquartier, da sind immer so 70 Prozent und das ist ganz gut, Licht und 70 Prozent, tipptopp eigentlich. Ja, also mein Hygrometer sagt hier gerade 18 Grad, sehr kalt, also gerade noch in Ordnung für den Geweihfahren, aber 72 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ich habe die Heizung angemacht, Olli. Ja, ich auch so ein bisschen. Es ist nämlich viel zu kalt gewesen, als wir wiedergekommen sind. Wir waren nämlich letzte Woche im Urlaub und es waren 16 Grad in der Wohnung. Das ist Schicksal des Altbaus, ne? Aber der Geweihfahren mag es so eigentlich ganzjährig so, ja, 22 Grad, unter 16 Grad da ganz, dann schon Probleme geben. Ich habe mir meine Notizen ganz brav aufgeschrieben, ab 10 Grad tot. Ja, ab 10 Grad ist definitiv tot. Ja, so wie beim Weihnachtsstern, der ist auch ab 10 Grad tot. Ja, absolut, da hast du vollkommen recht. Und was dem Geweihfahren natürlich auch droht, das sind Schädlinge, also Krankheiten, das kann er auch ganz gut bekommen. Also da muss man eben halt ein bisschen aufpassen. Ich habe bisher noch keine Schädlinge dran gehabt, aber eben weil er das Spritzen nicht so gerne mag, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber man kann ganz gut mit Nähmüll spritzen, habe ich dann gesehen im Internet. Und wenn er Pilzkrankheiten hat, da könnt ihr so ein Pilzmittel auch ins Wasserbehältnis mit reintun. Und wenn ihr die dann taucht, wenn ihr in Wässer, dann könnt ihr ihn auch da mit dem Pilzmittel versorgen. Richtig guter Tipp, Olli. Und was richtig cool ist, die Pflanze wird sehr, sehr alt. Also sie kann wirklich mehrere Jahrzehnte alt werden. Denn so eine Efeutute jetzt zum Beispiel bei uns im Wohnzimmer, die steht jetzt hier ungefähr anderthalb Jahre. Und die ist so groß, ich habe da noch einen Moffstab oben drauf gemacht und sie wächst und sie wächst und sie wächst und sie wächst mir über den Kopf. Und bei dem Geweihfahren an der Platte ist das irgendwie, weiß ich nicht, viel schöner. Es ist so wie lebendige Kunst, finde ich. Und bei der Efeutute, das ist einfach nur Dschungel. Ja, ich glaube, ich glaube, dass er bei uns jetzt unter den Bedingungen nicht so extrem groß wird, wie er in der Natur wird. Wenn du ihn in der Natur siehst, dann siehst du ihn an Bäumen, da ist der riesig. Ja, die können Meter lang werden. Ja, also wahnsinnige Apparate. Also da, das ist fast vom Menschen nicht mehr zu heben. Ja, also wirklich, wirklich riesige Apparate. Und deswegen, ja, also dieses Problem werde ich nicht haben. Nee, ich glaube, ich auch nicht. Ich werde eher das Problem haben, dass er überhaupt nicht in der Wohnung stehen soll, sondern unter dem Laden hängen soll, wo ich ihn eigentlich gar nicht hätte. Völlig richtig. Ich hätte ihn lieber in der Wohnung, dass ich ihn jeden Tag schön angucken kann. Genau. Und es gibt natürlich, wir hatten ja am Anfang drüber gesprochen, über die unterschiedlichen Formen, Arten, also den Bifurkatum. Das ist ja immer das, was ihr am einfachsten bekommt und was auch am günstigsten, naja, das ist aber schon eine der günstigsten Pflanzen so in diesem Bereich. Den könnt ihr schon für, was weiß ich, 10, 15 Euro oder so. 5 Euro, ich glaube, den gab es mal bei Lidl für 5 Euro. Ja, 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 also das ist eigentlich nichts, ne. Dann gibt es allerdings auch tolle Geschichten, zum Beispiel, ich habe, was ich gesehen habe, dieser Platycerium Holtumiim, der hat noch so eine, also der bekommt so eine ganz tolle Krone, sag ich mal. Also der Mantel geht so nach oben wie so eine Krone. Also es ist sehr, sehr schick aus, den habe ich mal im Internet gesehen, so für 50 Euro. Und was auch sehr spektakulär ist, der Platycerium Ridleyi. Ja. Das ist so einer, der ist so einer, der so am ehesten oder am stärksten eben diesem Geweih entspricht, weil der seine Wedel nach oben richtet. Und dann auch so ganz fein können die sein. Und das sieht wirklich ganz, ganz toll aus. Ich habe sogar im Internet jemanden gesehen, der hat wirklich so eine, so eine Figur eines, eines Rotwilds an der Wand gehabt und hat dann Platycerium Ridleyi rechts, links oben drauf gesetzt, sodass das wirklich so aussah, als wenn dieses Teil Hörner hätte. Cool. War ein bisschen, ja, ich weiß nicht genau, ob es wirklich cool war. Also die Idee ist ja interessant. Ich will mal sagen, es war bemerkenswert, aber es hatte auch so ein bisschen was Kitschiges. Also es sah so ein bisschen, naja, was der Mensch sich so ausdenkt, ja. Ja, na klar. So, ne? Ja, ist ja so. Wie heißen die nochmal, diese Hasen, wo dann die Hörner drauf gesetzt werden? Wolperdinger. Ja, genau, so. Ja, genau, so ist so ein bisschen. Also es ist so, das ist, naja, das war nicht so der richtige Knaller. Aber wirklich, und auf der MyBotanica habe ich auch wirklich Exemplare gesehen, die dann eben, wenn die sie auf Holz montiert werden, dann kosten konnten die auch schon mal schnell 150, 200, 300 Euro kosten. Ja. Aber, und es sind dann auch teilweise eben Dinge, die Dinger, die nicht so ganz einfach in der Wohnung zu halten sind. Also da muss man so ein bisschen aufpassen. Es gibt ganz spektakuläre Bilder von Leuten im asiatischen Raum, die natürlich ganz perfekte Bedingungen haben. Und selbst die haben dann noch auf ihren Balkonen so, ich sag mal, so Gewächshäuser, so Anzuchthäuser, die man vielleicht so ein bisschen aus dem Grohbereich kennt. Und dann so Gitter und dann hängen die da dran, dann werden die da befummelt. Und also da gibt es wirklich auch spezielle und schwierige Patienten unter den Dingern. Aber da muss man so ein bisschen gucken, wenn ihr da was kauft, ja, kauft vielleicht nicht am Anfang den teuersten und versucht mal erst mit so einem Bifurkate, um euch auseinanderzusetzen. Wo du sagst teuer, hatte ich nämlich auch meinen gerade nochmal gegoogelt oder meine zwei, die ich rausgesucht hatte. Einmal den Platizierium Superbum. Ich fand den Namen einfach auch so geil. Und hier gibt es einen für 199 Euro, der heißt Platizierium Superbum XL mit Sporen auf Siebdruckplatte. Das ist natürlich auch echt ein Preis für einen Fahnen. Wenn die montiert sind, sind sie natürlich ohnehin teurer, weil da musst du die Arbeit da berechnen. Wenn das wirklich sehr gut gemacht ist, dann ist das schon wirklich auch von, dann sieht das natürlich mega gut aus. Der sieht auch sehr gut aus, also der Fahnen, der hier ist. Und einmal so zur Beschreibung, wie du das vorhin auch schon sagtest, der wächst nach oben, aber es ist mehr so wie so eine Bombe, die nach oben so aufboomt. Ja. Deswegen heißt er wahrscheinlich auch Superboom, weil die, das Blatt, das Schildblatt bildet auch geweihförmige Blätter nach oben hin. Also es bildet wirklich das Schild, aber das Schild wächst auch nach oben und kriegt dann geweihförmige Blätter. Ich zeig dir das jetzt hier einmal, Olli. Ja. So. Ja. Ah, okay. Und dann kriegt es natürlich auch noch die langen Wedel nach vorne raus, die dann auch geweihförmig aussehen. Und dann hatte ich ja noch den zweiten Fahnen rausgesucht und das war einer, der, ich glaube, das war bislang der teuerste Fahnen, den ich irgendwie gesehen hatte. Also ich, ich weiß nicht, ob es noch eine teureren gibt und das war der Platicerium Phaiti. Ja. Sagen wir das jetzt so? Phaiti. Ja. Egal. Und genau, der, also ich finde den richtig schön, richtig schön. Und zwar hat der auf der gesamten Oberfläche der langen Wedel und der Schildblätter diesen, ja, Pflaumen drüber, diese, diesen weißen Pflaumen, die sieht total kuschelig aus, diese Pflanze. Das ist eine wirklich schöne Pflanze. Ich versuche dir das mal hier so zu zeigen. Wir werden euch alle Bilder hinterher nochmal in den Instagram-Post stellen natürlich. Ja. Ja, sehr schön. Das sieht ja echt aus, von, von Weitem jetzt so, sieht es wirklich aus wie, wie so ein Geweihkopf irgendwie. Es ist wirklich schön. Also die Wedel hier wachsen nach oben. Die Pflanze wird ganz normal montiert, wie Olli das so beschrieben hat vorhin. Ähm, das Blatt fängt dann an, über das Moos rüber zu wachsen. Und dann kommt vorne der Wedel raus. Der wächst aber nicht hängend nach unten, sondern wirklich nach oben und, ja, rechts und links. Sieht sehr, sehr schön aus. Sehr cool. Also das ist wirklich, und ich habe das, also ich muss sagen, hier hängt ja bei mir einer, von dem wir gleich nochmal auch noch sprechen, der sehr groß ist und immer, wenn Leute bei mir reinkommen, sagen die, boah, was ist das denn für ein affengeiles Teil? Also es ist schon. Tja, und so die Reaktion habe ich von meinem Mann, habe ich mir die auch gewünscht. Ja. Also das hat irgendwie so kein, also wenn du dich mit Pflanzen nicht auskennst und so, dann hat keiner von denen, die bei mir so reintrudeln, jemals sowas gesehen. Mein Mann auch nicht und er fand es furchtbar. Gut, Geschmack, über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten, insofern ist es egal, ne. Aber ich habe ja auch so einen Bifurkatum und eben über den wollte ich jetzt auch nochmal sprechen, weil Carla hat den gleichen Bifurkatum. Und das ist ein spezieller Geweihfahn, denn das ist gerade so für die Anfänger unter euch, die sich damit irgendwie jetzt auseinandersetzen wollen, ein wirklich gutes Ding. Denn dieser Bifurkatum, der ist auf eine Platte montiert und unter dieser Platte direkt im Anschluss ist so ein kleines Wasserbehältnis montiert in der gleichen Farbe. Und der Fahn hat hinten reingezogen einen Docht, sag ich mal, einen Faden und der wächst eben, geht eben von der Erde hinter dem Geweihfahn runter in dieses Wasserbassin. Und dann zieht das Wasser eben über diesen Docht hoch in die Erde und bewässert so den Fahn. Das bedeutet, ihr braucht, wenn ihr dieses System benutzt, ihn gar nicht tauchen. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Ja, und das funktioniert auch sehr, sehr gut, denn man sieht immer, wann muss ich das auffüllen, hat mein Fahn noch genug zu trinken. Und ich muss sagen, zwischendurch habe ich gedacht, hat er nicht jetzt zu viel sogar bekommen, weil das Wasser zieht sich ja einfach hoch, würde dann wahrscheinlich runter tropfen. Deswegen gönne ich meinem Fahn dann doch auch immer noch mal so ein, zwei ganz, ganz kurze Trockenperioden. Das heißt nicht, dass ich den Fahn oben austrocknen lasse, sondern dass ich das Becken trocken lege, weil ich Angst habe, ihn zu überwässern. Das möchte ich nämlich unbedingt nicht, weil ich ihn so toll finde. Genau, und er wächst. Ich habe auch immer mal zwischendurch mineralischen Dünger reingetan in das Bassin, obwohl ich nicht genau weiß, ehrlich gesagt, ob der Dünger über den Faden auch mitgezogen wird oder nur das Wasser. Doch, nee, der Dünger, der löst sich ja im Wasser ganz langsam nach und nach und der wird dann auch schon hochgesaugt. Ich habe dann auch Flüssigdünger reingemacht und dann habe ich den Fahnen irgendwie wirklich auch sehr wenig nur gedüngt. Und der Flüssigdünger, der ist so wie dein mineralischer Dünger auch einfach im Wasser gelöst und da habe ich dann aber nicht dauerhaft diesen Dünger drin, weil bei dem mineralischen Dünger, da hast du ja eine dauerhafte Düngung und der mag ja gar nicht so viel. Der braucht weniger Düngung. Richtig, ja. Und wir haben den jetzt seit, ich glaube, August ungefähr, glaube ich, haben wir den jetzt. Und der ist wirklich super gewachsen. Also zum einen habe ich ein oder zwei neue Schildblätter, also diese Mantelblätter und auch durchaus zwei Wedel, die gewachsen sind, neu gewachsen. Es wächst gerade wieder ein neuer Wedel. Mal gucken, dass ich jetzt, muss ich den nochmal einen anderen Ort eben haben, damit er auch ein bisschen mehr Licht bekommt. Aber das ist also fantastisch. Ich habe auch zwei neue Wedel bekommen. Also es ist, ich würde jetzt mal eher anderthalb sagen und ein neues großes Schildblatt und halt wirklich unten diesen kleinen Thaler. Ja, wie klein. Der kleine grüne Thaler, der da gerade wächst. Und der ist jetzt auch mittlerweile schon sehr groß geworden. Am Anfang war das wirklich nur so ein, ja keine Ahnung, kleiner Fingerpunkt. Und der war ganz, ganz klein. Jetzt ist er mittlerweile schon wirklich größer als ein 2-Euro-Münze. Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen und das natürlich völlig zu Recht. Wo zur Hölle haben wir denn dieses Ding her? Und wie könnt ihr eventuell auch sowas erstehen und bei euch an die Wand nageln? Und zwar können wir euch da was empfehlen. Und wir haben unseren Fahnen von Blattpost bekommen, vom Blattpost Shop. Den findet ihr auch einfach im Internet unter blattpost.de und ihr könnt jetzt auch dort so einen Geweihfahren, aber auch natürlich alles andere bestellen. Und dafür gibt es auch einen Rabattcode von uns. Und zwar kriegt ihr 10% Rabatt auf die Bestellung im Shop von Blattpost mit dem Rabattcode GFA10 und das bis zum 20. Oktober. Also haltet euch ran. Es geht nur eine Woche. Dann verfällt dieser Code also schnell ran und holt euch auch sowas wirklich. Also bei uns beiden hat es funktioniert. Wir sind beide sehr, sehr begeistert. Ich wüsste nicht, was schief gehen könnte. Ja, nee, ich wüsste es auch wirklich nicht. Es ist wirklich ein richtig, richtig toller Fahnen und eine richtig tolle Idee. Ja, und wir schicken euch das natürlich hier in die Shownotes rein. Könnt ihr euch da nochmal angucken und dann da eben auch bestellen. Yes. Carla, haben wir alles zum Geweihfahren gesagt? Ich habe alles zum Geweihfahren gesagt, was ich mir aufgeschrieben und rausgesucht habe. Und ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt ins nächste Thema ein. Genau. Das ist ein Thema, was uns, was jetzt auch noch in den nächsten Tagen ganz, ganz wichtig ist für uns. Denn wir beide wollen zusammen ein paar Pflanzen verkaufen. Yes. Das machen wir im ganz kleinen, kleinen Format. Also es ist nicht so ganz groß wie jetzt hier bei der Mai Botanica, sondern wir machen das hier bei mir auf dem Dorf, bei einem kleinen Markt. Das gibt es ja jetzt ganz häufig jetzt im Oktober, November, Martini-Märkte. Und bei uns gibt es eben so einen Markt, der so ein bisschen, also der von den vielen Vereinen organisiert wird, die hier irgendwie was machen. Die Frauen, die backen irgendwie die, die waffeln. Und dann gibt es irgendwie, was weiß ich, ganz viele Stände mit Kunsthandwerk. Und es gibt ganz, ganz toll, bei uns gibt es immer Gänseverlosung. Gänseverlosung? Was ist denn Gänseverlosung? Also Geflügelverlosung ist es eigentlich. Ach so, ja, kann ja sein, dass es so eine Weihnachtsgans in Kuchenform ist. Nein, man kann Lose kaufen und dann werden die Lose den ganzen Tag über ausgerufen. Und man kann dann Hähnchen und Gänse und Puten, ich weiß nicht, ob es noch Puten gibt, aber sowas gewinnen. Das gibt es schon seit 80 Jahren, den Markt und ist noch so eine alte Tradition von ganz, ganz früher. Und auf diesem Markt, wo es so ungefähr so 70 Stände gibt, werden wir auch einen Stand haben. Also ich muss jetzt noch mal ganz kurz zu diesen Losen zurück, weil ich bin sehr, sehr doll dafür, dass du dir so ein Los kaufst. Ja, ich kaufe nicht nur ein Lose, ich kaufe ja ganz viele Lose, die kosten nur 50 Cent, die Lose. Deswegen kaufen wir in der Familie immer ganz, ganz viele davon. In der Hoffnung, dass wir da irgendwie was gewinnen, weil es für die Kinder immer ein Riesenspaß ist, dann da zu stehen. Und dann werden die ausgerufen und alle, man kann auch noch andere Preise gewinnen. Also es gibt auch noch bessere, also was heißt bessere, also höherwertige Preise, die mir jetzt aber jetzt gerade nicht, weiß ich nicht genau, was es noch so gibt. Mal gibt es eine Reise irgendwie zu gewinnen oder irgendwie was anderes oder Karten fürs Theater oder irgendwie sowas. Naja, aber wir werden sehen, was es dann dieses Jahr gibt. Aber wir werden auf jeden Fall einen Stand haben und dort ein paar Pflanzen verkaufen können. Ja, richtig, genau. Das werden zwei Tische sein, das wird nicht riesig sein. Und das wird am Samstag und am Sonntag sein. Das ist am, jetzt muss ich mal gerade selber hier nochmal in mein Handy gucken, weil ich das immer so schnell wieder vergesse, am 26. und 27. Und zwar am 26. ab 14 Uhr bis so 18, 19 Uhr und am 27. am Sonntag dann von 14 ebenfalls so bis 18, 19 Uhr. Und wenn ihr am Samstagabend lange bleiben, also wenn ihr uns da besuchen wollen würdet, dann könnt ihr das natürlich machen. Und dann, wenn ihr am Samstagabend länger bleibt, so ab 18, 19 Uhr gibt es bei uns auch immer ein Zelt und dann ist immer Remi Demi. Also ich sehe schon, ich komme zum Übernachten bei euch. Genau, da ist immer Remi Demi im Zelt, Carla. Ja, sehr schön, ich freue mich. Und abends gibt es immer noch, jetzt weiß ich gar nicht, am Samstag oder am Sonntag, ich glaube am Sonntag gibt es immer noch Laternenumzug. Das ist immer sehr, sehr schön mit den Kindern. Und dann gibt es immer die Kindergärtnerin, die schon bei meiner Frau, die Kindergärtnerin glaube ich war, ja. Die zieht dann mit der, also die ist nicht mehr aktive Kindergärtnerin, die zieht dann mit der Gitarre los und die Kinder laufen hinterher. Ja, und dann wird einmal an irgendwelchen Straßenlaternen irgendwo durchs Dorf gegangen und da unter diesen Straßenlaternen gesungen. Sehr romantisch. Oh, das hört sich so schön. Hintergibt es für alle einen Chips fürs Karussell. Also kann ich euch noch mehr, kann ich euch noch mehr hierher locken, ich weiß nicht. Nur noch mit den Pflanzen von Carla, die Carla organisiert. Carla, hast du dir schon was überlegt, was es geben wird? Nee, habe ich tatsächlich nicht, Olli. Ich war letzte Woche im Urlaub und diese Woche hat mich auch schon wieder völlig im Griff. Das ist unglaublich. Also ich habe Ideen, aber ich habe noch keine richtige Entscheidung getroffen. Es werden auf jeden Fall keine teuren Pflanzen. Das werden Pflanzen, die mal so eben zum Mitnehmen sind, die pflegeleicht sind, wo auch jeder was mit anfangen kann. Aber die Pflanzen sollen natürlich auch was hermachen. Das heißt, sie sollen optisch ansprechend sein. Was das jetzt im Detail ist, könnt ihr erst sehen, wenn ihr uns besucht. Genau. Was uns natürlich sehr freuen wird, ihr müsst dann nach Lüchte kommen. Das ist im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen. Und der Ortsteil dort, das ist wirklich ein kleines Dorf mit tausend Einwohnern, ist Elbringsen. Wir schreiben euch das natürlich auch nochmal in die Shownotes rein. Dann könnt ihr das nachlesen mit allen Daten, die es da noch so gibt. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr mal Hallo sagt und vielleicht eine Pflanze noch mitnehmt. Oder uns eine Waffel bringt. Ja, das ist auch natürlich, das ist auch möglich, das geht auch. Kuchen und Waffeln. Genau, ja, an dem Tag werden wir von Waffeln und Kuchen leben, Olli. Genau, ja, und alles andere, was es sonst noch so gibt. Hoffen wir auf schönes Wetter. Aber wir stehen nicht draußen, wir stehen drin. Ja, bitte, bitte. In einer, wir nennen das die Marktscheune. Das ist ein umgebauter Bauernhof, in dem es eine Bühne gibt, in dem Theater normalerweise stattfindet. In dem ganz viele Veranstaltungen hier stattfinden. Und das ist ganz, ganz wunderschön gemacht von der Dorfgemeinschaft vor ungefähr 20 Jahren umgebaut. Also ein tolles Ding. Und das nutzen wir dann eben auch, um dann eben das Kunsthandwerk dort unterzubringen. Klasse. An diesem Tag. Sehr schön. So, Leute, jetzt haben wir aber so viele tolle Sachen erzählt. Ja. Wenn ihr das jetzt gehört habt alles, dann werdet ihr glücklich und zufrieden in euer Bett sinken oder in den Tag starten oder was auch immer ihr dabei machen werdet. Wir werden jetzt gleich nochmal ein bisschen Pflanzenkontrolle machen. Ich habe nämlich hier noch eine Pflanze neben mir, da muss ich mich gleich nochmal ein bisschen drum kümmern. Ja, ich auch. Und da stecke ich, da stecke ich was, Carla? Den Fänger in Substrat. So sieht es aus, liebe Leute. Macht's gut. Tschüss. Grün färbt ab. Wie? acesstでも Entstelle im Tunnel Was. Kais putsvä PAIs. Was. Wettbewerben. unwillinges be assumed müssen. False.